hallo und herzlich willkommen zu der neuen folge let's play together warthunder mit dabei da leon hallo ja und wie man vielleicht schon gemerkt hat habe ich am oder so gemacht hat endlich mal das erste folge schon gedrängt erste folge die erste diskussion vor der ersten aufnahme war so du nimmst jetzt auf und dann natürlich ich war der gearste ich musste andere machen und jetzt hat er sich sogar mal freiwillig gemeldet für die anrufe das ist ja da muss ich gleich ein Kreuz in meinem Kalender machen momentan ich finde mein Kalender nicht nach der Karte immer gut lehren er hat er hängt zwar dahinten an der Wand also alles umhauen den habe ich seit drei Monaten auch kann man machen muss man aber nicht aber bitte zwei wir fahren rechts um den reichstag rum okay ich folge dir jawohl ich führe uns zum reichstag deutschland gegen russland aber das ist voll dumm eigentlich müssten die spawns getauscht sein weil wir greifen ja gerade an oder von der karte her ja wir rollen in berlin gerade ein auch wenn berlin schon ziemlich kaputt aussieht russland hat er deutschland übernommen gell also sie haben berlin erobert ja sie haben es eingenommen ja und jetzt erobern wir es zurück genau wusstest du dass deutschland letzten ende ich glaube ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen zahlen im kopf habe aber ich glaube fünf panther und zwei tiger haben letzten endes deutschland verteidigt ja ich weiß es hat mich schon bei berlin und die hauptstreitkraft oder die berlin verteidigt hat war die hitler jugend also und natürlich der volkssturm also ein teammate ja also quasi leute die zu alt oder zu jung eigentlich waren um in die armee zu gehen das waren teilweise zehnjährige kinder die mit einer panzerfaust in der hand da standen und felsenfest überzeugt waren wir können berlin halten ja gegen die sowjets die was weiß ich genau vielfachen übermacht angerannt kamen aber ich hab Angst um die ecke zu fahren sind meistens aber jetzt sieht es frei aus hier rechts in die stadt auch immer reingucken naja kein teil davon ich war ja noch nie auf der seite kämpfe 1 ja stimmt da ist ein kv 1 das gibt es nicht schon wieder das läuft nicht einfach das läuft du auch ok bei mir auch ich glaube ich kann nicht mehr spawnen aber ich hab ein abpraller gemacht vielleicht hat es mir so viele punkte gegeben dass ich doch noch spawnen kann aber ich glaube er hat die gewehr an seinem panzer dran ich will das auch haben oh der espada 2 da sind an seinem stkfz die schöne mg dran ok zurück zum hangar zurück zum hangar ja wenigstens die ganze zeit zugucken ja soviel zu nächste folge abmoderation vielleicht wird es ja nächste folge etwas aufregender und besser erfolgreicher ja am arsch du es stimmt play daily müsste ja da sein ja der ist noch nicht da aber der spielt gleich ne das grad war play daily ok ich gibst du grad eben hat play daily gespielt jetzt spiel ich und jetzt werden wir mal sehen wie viel besser ich einfach als der bin ja wir wissen ja sowieso alle der macht seine videos indem er einfach ich schaue schauen wieviel rang 6 panzer es schon gibt 10 deutsche und es gibt nur einen deutschen rang 6 wenn du da auf EU gehst da oben bei der sucht links ja du die haben halt alles direkt gekauft ne ja youtube money oder ich hab mir das Video von play daily zu dem deutschen Panzer angeguckt ey das Ding geht ab du das ist der Hammer der und welcher Punkt ja genau wer wird auf A Leon ich seh nix gehen wir wieder auf A Leon A ja A ja A Upsi ja ich seh schon dass du spielst ey ey das bin ich nicht da drückt auf meiner Tastatur ja achso das ist wie so klein schön alles will er anfassen ich sag ich mal schon schönen Gruß von mir was ist schöner Gruß auf Englisch äh wie heißt das keine Ahnung äh weiß ich doch nicht was ist Gruß auf Englisch ey ja keine Ahnung a nice hello from the valentin genau a nice hello zurück wie heißt das best wishes oder irgendwie so kann es sein ne best wishes doch best wishes das irgendwie sowas haha ja egal mei ist ja nicht die beste in Englisch äh ich wollte ich als Deckung Englisch 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 is the perfect Sprache Englisch den Englisch kannst du mal weiterfahren ich will dich als meine mobile Panzerung benutzen nicht ich 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 ja doch kriegen wir noch da sind m4 auch wo da ich sie ihn scheiße feuer aber ich bin tot kein durchschlag cobra king auf course riech 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 achilles was ist da alles also also das war eine super runde mal wieder zurück zum hangar ey achilles kugel fliegt einmal durch mich durch wenn das so weiter geht ich sag's dir wenn das so weiter geht werden das die meisten gefechte innerhalb einer Folge wir sind jetzt schon bei 2 jetzt kommt das dritte warte wir sind jetzt schon bei 2 nach 6 minuten aufnahmezeit oh nice ok ich bin breit so wir machen es ja so wir gliedern das ja nach gefechten ne hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge nachdem die letzte etwas kürzer war dieses mal gibt es bestimmte erfolgreicher ja andere youtube haben probleme dass wir videos auf 10 minuten bekommen wir machen halbe stunde ja gut wir haben probleme dass wir es im rahmen halten ja geplant waren ursprünglich mal 20 minuten ja hat mal kein einziges war immer zwischen 25 und 35 aber ich meine ist ja nicht schlimm zu lange videos ist doch super einfach ja bestimmt für die leute die uns nicht sehen wollen ey was da ist ein npc genau ich schau jetzt da meine augen gehen da hin ich schau da meine augen hin was hörst du dir eigentlich manchmal selber zu nee aber ich hab ich hab gewusst dass ich es falsch gesagt hab du glücklicher hörst du dir selber zu hä ich hör gar keinem zu außer ich will grad mal ey da ist kein wasser drin wir müssen auf a ne ja ich feier auf a nur auf auf dem feld weil super idee ja ähm ausgezeichnet da bin ich mehr so der nix dankeschön eh ja nein warte ich hab ne idee leon ich auch ich glaub wir haben die selbe ah scheiße man es geht nicht chat spamming willst du auch nein 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 ja ja warte scheiße ich hab noch nicht Glück so sinnvolle dinge okay chat spamming haha da vorne brennt schon ein gegner warte mal da vorne ist was glaub ich ne das ist nur vielleicht eine flak 88 die von der map hier dasteht was ist da das ist tot glaub ich das ist tot ja er ist tot vorsichtig weiter fahren 5 tot bumm gleich sturmpanzer beide tot ja auch links wo da fährt kv1 und was weiß ich alles fuck oh ein fahrer ist tot oh da wo alle hinschießen dahinten ich glaub die sind tot oder was da steht da kv1 zumindest der kv1 ich weiß ich nicht ne t34 nicht ich krieg den nicht aber dahint ist auch was scheiße nein ich hab ihn gerade gesehen rechts ist ein t34 ein starker t34 wo rechts ah da rechts ich bin tot ich bin tot bin schon tot ich auch also das wird erfolgreich kannst du nochmals vorne leeren ach echt äh habe ich gesagt die das äh ja gesagt äh nö ich hab schon 6000 silberlions verloren schon breit bin noch nicht im hangar war kurz so das war das dritte erfolgreiche gefecht aber herzlich kommt eine neue vergeworfen die letzte war ein bisschen kürzer genauso wie die zwei davor drei ne zwei davor zwei die letzte und die zwei davor genau heute fahren wir mal etwas erfolgreicher ich habe mir extra ich weiß nicht ob ihr ihn kennt neben flydaily der immer noch neben mir steht habe ich mir jetzt auch boatheim gaming geholt was der ist der ist wohl lustig der typ muss mal gucken englisch wahrscheinlich oder ja ja klar ich schaue momentan fast nur noch englische englische englisch ne die sind hauptsächlich amerikanisch vor dem erpernischen übelst lange mehr gefahren dann wäre unser erstes eins auch 1 1 gemacht werden der weiß noch ja ich auch nicht das war lustig die bin ich seit zwei stunden nicht mehr gefahren jetzt darf ja ich lasse ich heute schon dreimal oder so vor Prozent ausgut sobald kacken oder war ja ja aber du ja so und wieder runter bin ich sicher ob das kacken war oja oja wie du gesprungen bist das war heftig heftig ich habe es gar nicht gesehen heftig alter heftig wie schnell bist du schneller als du auf jeden fall echt so 14 km h jetzt bist du schneller als ich das ist ne tote is you das rechts von uns ein t34 du döde oh ja stimmt da ist der turm runter gesprengt ja ja das habe ich nicht das habe ich nicht bedacht dass der turm weg ist wusstest du dass die rein gepatcht haben dass die türme wenn sie von panzern abgesprengt haben die haben jetzt wirklich auch eine physik echt er hat die fallen nicht mehr einfach durch den boden durch das war teilweise ein bisschen baggy wenn es den panzer sprengt der turm fliegt hoch und landet auf der panzer leiche und dann die spawnt die panzer leiche weil der typ neu spawnt aber der turm bleibt in der luft schweben ist dann manchmal naja da kannst du dich darunter stellen und hast dann doppelt holt habe ich wenn es funktionieren würde hätte ich letztens mit einer stuppen kv1 turm drauf gehabt die die vernichten jetzt alle ja wenn wir b einnehmen haben können wir schon mal nochmal spawnen wenigstens wie das ist schon mal die beste runde jemals in unserem leben nicht die erste runde heute aufnahme zwischen bis jetzt er hinter uns bei 180 grad hinter uns war gerade ein gegner ist immer noch ein gegner jetzt habe ich angst von wo kommen die hier oder vor uns wird geschossen da in die richtung ja ich sehe was t34 machen tot habe ich ok ich kann schon mal safe neu spawnen du auch weil du hast einen punkt da ist noch was ich mache jetzt kv85 ich sehe auch noch was ich habe noch was gesehen da ist gerade auch schon wieder weg haben kv1s nice aber jetzt läuft die da jetzt läuft die da jetzt spielt glaube ich wirklich der leon ja jetzt geht es ab ach du bist da vorne ok ja ich habe gerade noch irgendwo ein t34 gesehen aber der ist jetzt weg huch ach das verbündet oder also äh was schießen die denn hier was bist du denn eine a33 das ding sieht aus bisschen da hinten ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht ich sehe ihn nicht oh fuck was auch immer es ist es scheint aber zu ah turret hoch turret hoch turret hoch turret hoch feuer fuck daneben duweder wo 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 oh auf gott bei mir sind zwei panzer einer direkt vor mir unten und der andere vorn auf den hügel kps ob er hat er gehabt er hat im v akte 34 hier vor mir direkt und steht ein und ich würde darauf schießen mein ich habe noch zwei crew mitglieder aber ich glaube ich komme nicht hin wenn matilda mk2 ich sehe nicht ja war es auf ihn besser kommt aber ich weiß nicht genau wo er ist er kommt hochgefahren hat büsche dran kommt hochgefahren auch da 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 scheiße scheiße aber jeder war ein tot ab in habe ich habe ihn weiß ab schon drei kills abkommens mit meiner schule oder es noch aber auch das ist gut auch gott ich habe auch ein halbes lügel an dem ich nicht hier geht es hier geht es meist jetzt hier läuft richtig weiter und es ist das denn für uns von einem bügel an die erst mal nicht mehr es war weiter als die zweite wir haben probleme wie kommst du dahin so schnell ich bin am sport und hier ist jemand der uns am sport wegballert die 34 dreht die karre ich habe ja noch kein feuerlöscher drin und brennen am sport am sport ja ich kann nicht mehr fahren okay ich bin tot ich brenne jetzt aus am sport hey was mit dem los was denn der ist gerade bei mir total komisch durch die gegend geglitscht ich das hasse so wo war das jetzt war das artillerie nein da steht tier 34 am sport ich stehe ganz woanders ich stehe nicht am sport so bei dir weiß ich auch nein es ist keine artillerie oder doch arti direkt treffer bm 13m er hat direkter treffer mit der arti nein es war das ist das ist allerdings wie heißt ja das ist aber keine art wie man fünf macht sondern sowas wie katja das ist ein katja das ist ich siehst du lang fand es ja ich habe ich kann alles noch mal nehmen also ich habe nicht die viele punkte ja pass auf am sport ist ein t34 wo ich glaube du bist am anderen sport das hast du dieses scheiß born camping immer das ja nein die 34 das ist ein premium t34 ja so ein wichser so ein wichser schaut ihr an so du kleiner wichser da stehe ich habe daneben geschossen weiß dass der andere da hinten stehe ich sehe dass es zwei sind ja dass die spawns sind viel zu weit auseinander ist dass die da so schnell hin und her fahren können so ein bm so ein bm so ein bm so ein bm von dem den du gerade gekillt hast ja ich glaube ich wusste dem auch gekillt weil der war hier im spawnen hat auch nicht und weit weg weiter weg geschossen ich glaube es war nur einer mach jetzt einfach wegen hier nochmal und da ist noch da ist noch irgendwas aber das bist du glaube ich oder ja das bin ich ja so irgendeine markierte einheit gibt es jetzt die musste kaputt machen auch flugzeug ja ja die links da war das doch wirklich im t34 bombe so ein was was ist los bei denen das ist das asozialste was man in diesem spiel machen kann einfach ja ist so neben dann natürlich die anderen in den fluss schubsen aber das auch nur wenn man im gleichen team ist ja scheiße habe ich nur kein Flugzeug nehmen aber spawn ja dann kannst du die flieger abschießen spawn camp ist einfach das asozialste überhaupt ich meine klar jetzt ich selber mag es auch hin und wieder aber nicht so extrem ich fahre mal zum spawn hin guck ob da zufällig einer ist und fahr dann wieder weg aber ich bleib nicht die ganze zeit an dem spawn stehen und guck ob da jemand ist ja es ist assi aber es ist nicht verboten und es bringt einem was ja über der hurricane fliegt irgendwas ne beide hurricane ja es war grad noch oben drüber aber ich habe auch zwei andere gesehen also ja da unten ist auch einer ah ja unten überm fluss liegt noch einer was größeres oder ist kein jäger mal schauen ob ich herankommen jetzt holen wir das ist ein russischer das ist eine jagd glaube ich jagd eins oder so wird es sein da setzt sich hinter dich hab's gemerkt nur flachschießt auch auf dich flachschießt auch auf dich ne er wird's äh 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 er kommt seine salve ja ja nein i l 2 ah dann warst du flack dann wahrscheinlich scheiße ne äh ne äh ach ja klar eben dann mhm so okay war diesmal nicht so eine scheiß folge ebende wir haben mal kills hinbekommen das muss man wertschätzen heutzutage ja ich hab 4 oder 5 kills ich hab einen hat der typ am sport ja ein motor nicht zerschossen hätte ich noch blatt bekommen eine runde kriegen wir noch hin bei unseren künsten ja wahrscheinlich ist so eine heftige runde der alleine gegen alle und gewinnen ja so wie die erste da in der ersten was wir heute gemacht haben die lief aber echt super die karte ich gehe auf b und fahr dann am strand lang das mache ich auf der karte extremst gern stammt lieber ne dafür hieß jagdfieber ich hab doch so'n film da keine ahnung ich kenn mich da nicht so aus mit filmen so'n bären und so'n komischen Reh oder was auch immer so alles klar ja der hieß jagdfieber da gibt es glaube ich sogar ein spiel zu oh hier steht ein toter panther wo? hier drückt neben mir oh ja nice so'n b ich will was einnehmen haben wir auch bald Leon wenn ich mich drauf konzentriere ja aber ich mach halt immer so eine Reihe noch eine Reihe noch eine Reihe ich mach das halt immer relativ gleichmäßig ey beeilte ich leere sonst nimm ich mir allein ein ach ich bin fast direkt hinter dir das heißt direkt ich komme auf jeden Fall noch in den Punkt rein Regal you blind Regal ich bin dort Regal ein wunderschönen Tag ich bin da hallo ey nur F2 ist hier bei B das ist die F2 Armee okay haben wir alles schon mal ein Save-Spawn Puff es hat 1300 Silver Lines gegeben der Punkt sehe ich nix mehr scheiße ah mach du auch noch mal vor Robi gemacht lass ich mal Ausschau halten oh das schießt schon was er hat mich ja auch CIS 30 Nein jetzt haben wir CIS Alter ja die sind mies die Teile ey wie er perfekter steht er steht perfekt ey wo in die Richtung wo man Rohr steht auf oben auf so einem kleinen auf so auf also hinter so einer Mauer er steht echt er steht echt perfekter das hat unser Kumpel dann Nebel hingesetzt das sehe ich dann jetzt nicht ist tot ne ist an der Mauer kannst du aber noch was bauen ne ja wir haben Punkt ein geht Deckung geben die CIS sind aber echt übel ne 30er ja vor allem die müssen so die machen so viel Damage aber halt null aus ja er hat grad noch einen gekillt ich hab schiss ich verkehre ich mich jetzt hier in meiner Ecke okay warum unser Kumpel hat da nochmal Nebel hingeklebt dass ich nicht sehe ups ja aber dann zieht der CIS dich auch nicht er kommt drauf an wo der steht meiner Sicht ist halt glaube ich mehr eingeschränkt als die vom CIS ah da freundlich irgendwas der steht der steht hinter so einer Mauer aber nicht direkt sondern ein paar Meter weiter hinten also er kann euch da unten perfekt abschießen aber ihr könnt ich glaube ich nicht so leicht treffen da ist der KV1 ich sehe nichts wegen dem blöden Holz teilen hier ah fuck direkt vor mir da ist ein M4 direkt vor mir Hilfe komm schon Richtschütze ich glaub an dich 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 Abpraller scheiße Hilfe der CIS hat mich zweimal gekillt was hab ich für ein trauriges Leben Hilfe ich werd zweimal hintereinander vom CIS gekillt Hilfe ich komm bei dem ums Verreck nicht durch die Panzer rum und jetzt muss ich reparieren na toll Scheiß drauf ah ich hab mich selber gewungen gebracht guck auf die Karte guck auf die Karte Alter bei dem M4 A3 kommt man nicht durch ich fahr flack ich fahr flack ey der nimmt gleich B ein ich fahr sowas von meiner 88er jetzt die bin ich länger nicht mehr gefahren die packe ich jetzt sogar aus die länger nicht mehr gefahren wahrscheinlich so vor 30 Stunden oder äh 30 Minuten nö die bin ich wirklich seit 3 Wochen oder so bin ich die nicht mehr gefahren nein die sind wir gestern die gibt's zu gestern gefahren die wir aufgenommen haben gestern haben wir nicht aufgenommen oder vorgestern halt nicht ja ok dann doch nicht so lange 3 Wochen was willst du wo ich mich dran erinnern kann da unten ich hab was gesehen glaube ich ja ja ich weiß dann wie ein ich krieg da ungefähr wo du hinzielst ich krieg die Kanone nicht so weit runter hier hätte so nem kleinen Stein glaube ich ist da was oder ich sehe es halt ich sehe es halt nicht ja da ich sehe ihn nicht getroffen da ist er abpraller fuck it das Ding hat aber auch eine Panzerung das ist übel das ist der M4A3 ja ich sehe nur das MG oben rüber gucken komm raus so ist Fein also es Fein so ist Fein was wie habe ich den jetzt nicht getroffen nein 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 lang hält auch nicht so viel aus fast nichts aus weil du musst einmal die besatzung ausschalten und vorbei ein fahrzeug flieger bei der flag das ist bitter aber er kommt er kommt raus treffer nichts passiert jetzt kann das sein dass sie mit der flag da nicht durchkommen wir stehen hier zu viert und haben probleme mit dem die zwei von uns hier sind wir gewinnen ich komme nicht durch bei dem ums verrecken nicht ich habe noch zwei crew mitglieder ich glaube bei dem ist vorne einfach heftig ja übel und er zeigt mir die ganze zeit die front ich fahre nicht mehr raus dann bin ich tot jetzt kommt wahrscheinlich gleich der flieger angeflogen hat geschossen schließt ganz vergessen was ist das denn haben die da drei kilometer panzerung drin oder was ja klar und die kugel fliegt natürlich durch die panzerung als ob dritter jetzt hättest du gehören können glaube ich war jetzt damit der seite bei dir ja weil ich tot bin ja aber jetzt hättest bist du weg ja ich bin weg das ist jetzt nicht rassistisch oder so aber ich hasse die amerikaner ich hasse sie einfach damit meine ich jetzt die gegner die panzer von wien 24.500 beim tiger noch ja das habe ich ja ich muss jetzt auch schluss machen ja wir sehen uns wieder beim nächsten mal ja hoffentlich keine bedauernswerten amerikaner kommen ja und wenn schon dann schließlich die zum himmel gleich die besuchen dann unser niveau gleich hinten links hinterm mod genau ja tschüss bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal war nicht ganz so schön wie sonst bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal